Ich mag das Spiel! Der ist in Lethal League heißt es, ne? Lethal League, ja. Nein! Du lachst! Der macht zur Musik mit! Das war vielleicht nicht ganz geschickt, aber... Guck mal, wie er zur Musik mitmacht! Stimmt! Oh, komm schon! Uuut! Nein! Kacke! Die Musik ist gut! Ja, wie geil! Easy! Easy! Ja, aber du hast mich nicht geschlagen, das ist nicht so cool! Ja! Verdammt! Super optimales Timing, oder? Ja! Ja! Oh mein Gott, den hab ich nicht gedacht, dass du ihn hast! Wie cool war der eigentlich, oder? Ich hab ihn einfach nicht bei der Stelle bewegt! Ja, das wärs schlecht, der Räum. Ja! Kacke! Ich hab gehofft, ich krieg's Schaum! Du musst dich schon bewegen, Lukas! Bissl Action reinbringen! Nein! Ich hab echt keine Ahnung, wie die passieren! Wir sind zufällig irgendwie! Oder Doppelklick! Ich hab keine Ahnung! Oh mein Gott! So, der Kaffee! Was ist denn? Nee! Ahahahahah! Du kleiner Kleiner! Du kleiner Kleiner! Ups! Entschuldigung! Verfess dich! Ich mag das Krokodil, NEIN! Oh du Lacoon! Ich hab das schon so... Die Musik ist so gut dazu Kacke NEIN! Ich glaub den zerwischen's fast nicht mehr möglich Oh, Entschuldigung! Du darfst ruhig dastehen, dann treff ich dich schneller Kacke Ja! Shit! Shit! Wie schön, oder? Nein! Was ist dein Pänner? NEIN! Oh kacke 448 Wie cool war's denn? Ja, so sieht's aus, wenn's dann ein bisschen besser wird Uhhh Have fun! Wieso? Aber man kann ja wirklich zielen, das ist mir gar nicht aufgefallen Also man kann oben, unten, links, rechts Es ist nur Flavor, es ist halt kein... Rematch? Rematch! Oh mein Gott, das Spiel ist geil Oh mein Gott, das Spiel ist geil Wie geil, wie geil, wie geil! Oh, das wär gut Juhu! Komm! Geh her! Oh kacke, das war's doof Und wie er hinterher immer wieder da steht Tut... Dann hab ich so ne einfache Tasten Also langsam kriegt man den Rhythmus raus. Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich zu sehr. Was? Tada. Headshot übrigens. Halt die Klappe. Nein. Mensch, doch, war zu kurz. Das ist keine Sorge. Ich hoffe nur die Musik ist nicht, äh, das wäre das Bitterste. Egal. Du willst mich verarschen. Okay, jetzt Konzentration Maximum. Mit deinem Kreis. B, meine ich. Pursi. Pursi. Was? Wie cool sind Krokodile? Wie cool sind Krokodile? Kleiner, kleiner. Ich bin ein Krokodil. Wir werden bis zu sechs Meter groß. Kacke. Tschüss. Geht out. Geht out. Komm, stopp. Ich wollte dich haben. Ich brauche vor allem. Gehüpft. Boah, das Ding ist so unfair, einfach nur. Gerade auf einer gewissen Geschwindigkeit kann man einfach nicht nur vorausreden. Oh nein. Das war jetzt ein bisschen komisch, ne? Oh, fuck. Oh, nein, 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 nein. Oh Gott. Oh, ja, das passt super. Wie hast du den schon bekommen, bitte? Yes. Kann ich wahr sein, oder? Was? Ich dachte, ich habe ihn geschlagen. Ich glaube, ich habe... Oh, ich habe... Was ist das? Oh, shit. Kleiner. Wasser, habsichtlich. Ja, natürlich. Oh, warte. Nein. Kriegst du zurück. Oh, das kann nicht wahr sein. Ich habe echt geglaubt, dass es funktioniert. Na, kacke. Tschüss. Du schlägst mich nie raus. Woher zu denn auch? Oh. Och, nö. Das ist... Och, nö. Und jetzt? Nein! Kacke. Du lässt nach. Nein, komm schon. Nein! Puh! Puh! Ich spiele viel zu gern mit dem... Warte. Du kannst ihn doch. Alter. Nur solange er in der Luft ist und danach gilt er als von mir getroffen. Ja, ja. Ich bin halt so... Bumm! Neuer Spieler? Was? Neuer Spieler? Ich glaube, ich musste... So sehr ich Krokodile liebe. Ja, dann noch einmal. Einmal noch! Get ready! Flameball! Yup! Ja! Ja! Gut. Was?! Dillulululululullulul! Biss dich! Biss dich! Bblblbl! Was? Boh, Mann ey. Nein, kacke, ich hab echt gedacht, ich erwisch den noch. Ich muss cool bleiben, ich muss kaputtieren. Kacke. Nein, nicht gut. Oh, du Kleiner. Du Kleiner. It's hardly worth my time. Halt die Klappe. Du willst mich doch verarschen, ich drücke doch zu schießen. Ja, das denke ich mir aber auch regelmäßig. Ja, ich weiß. Siehst du, wie weit ich vorne down bin? Ich tilte. Überraschungsangriff. Oh, komm schon. Flawless Victory. Mal ist das ganz sicher nicht. Ja. 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 Nada. Was, wen hast du? Ne, das ist nur den da. Aber das letzte Spiel will ich auf jeden Fall nochmal mit dem Krokodil spielen. Da spielen wir erstmal eine längere Zeit. Schon, gell? Ich will ja gut darin werden. Ja. Ha ha. Boah, der ist aber schneller. Na, komm. Ich bin ein Roboter. Nein. Nein, ich hab zu früh geschmeckt. Mir ist aber nicht klar, wie da das Timing für ist. Ah kacke, ich hab's da echt nicht bestellt. Nein, zu früh. Genau hinter dir. Ja, aber zu früh. Hopp. So. Nein. Ich hab's in eine andere Richtung. Ach, das hat vielleicht noch gerechnet. Ach kacke, zu langsam. Switch. Ach komm. Get in the game. Was war das jetzt? Ich weiß es nicht. Das war jetzt echt nicht schwer, ne? Ich warte darauf nicht, ne? Okay, ich brauch einen anderen Charakter. Ich hab das Gefühl, sie schwingt so viel langsamer. Ja. Aber ganz ehrlich, ich glaub der Candyman ist wahrscheinlich auch das Schnellste aller Charakter. Vielleicht wahrscheinlich mit dem irgendwie auf einem Level oder so. Oh fuck. Nein. Bist du das Wahnsinns. Hahaha. Weee. Und du hast einen Doppelsprung? Ne, an der Wand kann man nochmal entspringen. Ne, ich hab einen Doppelsprung. Du nicht? Nein. Verpiss dich. Nein. Komm, du behält Energie bei. Das ist nicht so, dass du nochmal neu starten musst oder so. Ja. What the hell? Du hast nicht aufgepasst. Du hast nicht aufgepasst. Du hast nicht aufgepasst. Oh, den will ich spielen. Na. Eine Eine S parentheses.